hallo herzlich willkommen zu einem neuen video brooded travel heute bin ich in manavgat das ist in der türkei und da gehe ich jetzt mit euch einen bazar anschauen viel spaß dabei hier auf diesem bazar findet man wirklich alles ob es jetzt schuhe sind t-shirts jacken uhren parfums was auch immer ihr findet alles was euch begeistert so Party, Party Party, Party, Party Party, Party Party, Party Cool sind natürlich auch die Markenklamotten, wo man vielleicht 1, 2 mitnehmen darf. In der Schweiz ist leider das gefälschte Marken verboten, auch für Eigengebrauch. Aber wenn man sich 1, 2 mitnehmen, ist das kein Problem. Ist echt cooles Zeug hier. Mitten in den Basadry gibt es auch eine Halle, wo man alles kaufen kann, was man möchte. T-Shirts, Kleidung, Schuhe, Taschen, alles was man beginnt. Und dann zum Schluss kommen wir noch auf einen Gemüsemarkt, wo man jetzt die frischesten, die leckersten und das Beste an Früchten und Gemüse findet, was man je gesehen hat. Echt cool. Echt cool. Somit sind wir am Ende des Rundgangs durch den Bazar in Manavgat angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr meine Webseite besucht unter www.brudertravel.com. Dort findet ihr noch andere Links zu anderen Videos, sowie eine Bewertung zu den jeweiligen Videos und natürlich unseren Podcast, wo ihr anhören könnt, um noch ein bisschen mehr Informationen und Sehenswertes oder Hörenswertes zu hören. Bis bald. Bruder Trau. Tschüss. Outro